Liebe Gartenfreunde, es ist bereits Kartoffelernte. Zumindest die Frühkartoffeln müssen jetzt so langsam raus und ich habe den Spaß mir gemacht, heute den Tag genutzt und mal die Frühkartoffeln rausgeholt. Tja, es war einfach zu nass und die Wärme fehlte, deswegen gibt es nur Pellkartoffeln. Schaut mal hier. Naja, ein paar kriegen die Hühner und der Rest wird dann halt eben als Pellkartoffel genutzt, schön mit Quark oder ähnlichem oder mit Öl, wie auch immer. Das ist ein paar horas. Ich bekomme die Hühner, die sich in der Mitte des Ehrerschauns zu erstellen und die sich in der Mitte des Ehrerschauns zu erstellen. Untertitelung des ZDF, 2020